Mein Name ist Jörg Hinz von der Firma Büsching. Ich bin Geschäftsführer und Inhaber der Firma Büsching. Meine Erfahrungen mit der Firma Hinz Media sind sehr, sehr positiv gewesen und sehr professionell. Wir haben aufgrund dieses Films ein enormes Feedback bekommen, das heißt also neue Kunden aus dem Ausland, die die Filme bei YouTube oder auch auf unseren Seiten sehen. Dadurch ist natürlich unser ganzer Umsatz nach oben gegangen. Hinz Media würde ich aus diesem Grund jederzeit weiter empfehlen. Wir haben uns also auch aus dem Grund entschieden, weitere Filme zu machen, die eben unsere Firma noch besser zeigen und wir noch einen größeren Kundenkreis bekommen.